Diesmal wird Blut fließen, und zwar literweise. Das hier ist großes Ding. Moin Moin Freunde, da ist er wieder. Johnny Fettfinger aka Hoodboy1337, der fettigste unter allen. Vielleicht hat es der eine oder andere ja schon bemerkt, in letzter Zeit kamen keine Daily Kills in Fortnite Videos mehr. Das liegt einfach daran, dass ich ziemlich beruflich eingespannt bin und wenig Zeit habe zum Zocken leider. Aber Arbeit ist halt wichtig, ich muss mir auch mein Brötchen verdienen. Von daher gibt es jetzt die Weekly Kills. Die wöchentlichen Kills, die Johnny Fettfinger so macht. Dann schauen wir mal, was ich hier so verkilled abgerissen habe. Ich weiß, ich bin nicht der beste Fortnite-Gamer, Freunde, aber es geht mir darum, Spaß zu haben, nicht der Beste zu sein, nicht in einer Statistik ganz oben zu sein. Ich will einfach nur ein bisschen Spaß haben, ein paar Kills machen. Mit meinen fetten Fingern werde ich sowieso kein Pro-Gamer werden. Aber ihr seht es, da war ein, zwei Kills mache ich schon. Ich übe so viel ich kann. Ja, das hat er sich so gedacht, aber nicht mit Johnny Fettfinger aka Hoodboy1337. Freunde, wenn euch meine Videos gefallen, lasst gerne ein Like da. Ihr könnt auch gerne kostenlos abonnieren. Und über Kommis freue ich mich sowieso. Lol, Freunde, der Kill, der kam aber ganz schön spät. Auch bei seinem Rumgehüpfe, das bringt nichts. Ja, das war's. Haha Eliminiert Das war's dann wohl Da ist er Davongegangen Und er ebenso Mit dem Jagdgewehr Schön schön Überraschung Genial, genial Ich danke dem Gamer Das passt dir wirklich dazu Er kommt da so angerannt Ich kann nicht mehr Leute Ich kann nicht mehr Mir tut das Bäuchlein schon weh vor Lachen Fortnite ist echt das beste Game Eines der besten Games Boom, Headshot Überraschung Da kam die Überraschung mal von oben Nicht von der Seite, nicht von hinten Nicht von vorne Und der nächste mit der Rakete Weggelatzt So muss das laufen, Freunde Da macht es mir direkt einer nach Und der nächste Weggelatzt mit der Rakete Ja, er hat sich gedacht Der holt sich jetzt schön Kill weg hier Aber nicht mit Johnny Fettfinger Aka Hoodboy1337 Die Johnny Fettfinger Taktik Ein sehr, sehr schöner Einzelkampf, Freunde Sehr, sehr, sehr schön Da versteckt er sich unter der Treppe Also wirklich Das muss doch nicht sein Genau so, Überraschung So, er dachte sich auch Er holt sich jetzt mal hier einfach Ein Kill weg Ich hab gar keine Waffe Schön gemacht hat er das Wirklich Aber Rache ist süß Ha, ha, ha Mann, 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 Mann Leute, Leute Er dachte sich echt Er holt sich jetzt easy Wie ein Kill weg Aber das war wohl nichts Aber das war wohl nichts Da war er wieder Der Überraschungsmoment Boah, der steckt ganz schön was weg hier Kuckuck Genau so und nicht anders Da war sie wieder die Johnny Fettfinger Taktik Ach ja, Freunde Da kommt Freude auf Da hört man ihn schon Wunderschön Das müsste durchweg so laufen Müsste das bei mir Aber meine fettigen Finger Lassen das nicht zu Yep, wunderbar Und er baut sich lieber zu Als ich seine Gartenlaube schon zurecht gebastelt Hat er sich einen schönen Ort für ausgesucht Schön grün hier Wie gesagt, Freunde Jetzt die wöchentlichen Kills Immer sonntags Daily Kills in Fortnite ist aus Jetzt gibt's die Weekly Kills Wunderbar Wunderbar, wunderbar Wenn das immer so laufen würde, Freunde Ich wäre der glücklichste Johnny Fettfinger Auf der ganzen Welt Und da hat mich einer abgestaubt Wunderbar Das gönne ich dem Jungen Das dachte er sich auch Wie gesagt, Freunde Gerne kommentieren Abonnieren Einen fettigen Daumen nach oben da lassen Das habe ich immer gern Und ich verabschiede mich schon mal Bis zum nächsten Sonntag, Freunde Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder auf meinen Kanal rein seht Ich bang weg Ich melde mich ab Tschüss, tschüss Ich muss los Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder auf meinen Kanal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020